Aufregend! Bist du bereit oder was? Oh mein Gott, ich komm mir vor wie so eine alte Oma, Alter. Mit so einem Schmerzenling. Mir ist nicht zu spaßen. Freunde, im Alter, da kommen die Problemchen und die Wehwehchen. Oh, das wird nicht besser, das kann ich euch sagen. Die Aussichten sehen schwarz aus. Dein Spaß fahrt einfach nicht, weil das ist ein Rötter-Fahrrad. Das ist lebensgefährlich. Hab ich jetzt mit Messen gestellt. Ich muss mir noch eine gute Position suchen. Ich bin mal gespannt, wie lange du so sitzen kannst. Ja, wieso? Das sieht ja akrobatisch aus. Oh mein Gott. Hat mir die Haare gekämmt, danach fallen mir meine Haare aus. Heute wird ein altes Format neu aufgelebt, meine Lieben. Jawoll! Ich bin motiviert zu gewinnen. Ich bin auch motiviert zu gewinnen. Wenn ihr uns schon lange verfolgt, dann geht ihr das Format schon wieder. Das ist voll das Flashback jetzt. So. Hallo Freunde und willkommen zu einem fruchtig frischen Video von uns zwei. Ich bin Leo und das ist Dev und wir spielen heute mal wieder Spielchen gegeneinander. Und diese Challenge heißt Wer kann besser? Ja, das ist eigentlich ziemlich selbst erklären. Wir haben hier in diesem Ding Aufgaben drin. Die werden wir jetzt nacheinander ziehen. Und in diesen Kategorien werden wir dann eben gegeneinander antreten. Und wir machen das so ohne Jury. Aber ihr dürft trotzdem auch abstimmen. Ne? Richtig. Und schreibt dann mal am Schluss unten in die Kommentare, wer eurer Meinung nach gewonnen hat. Also auf jeden Fall ich. Also auf jeden Fall ich. Ihr dürft uns bei Instagram Fragen stellen. Folgt uns da gerne. Ich würde sagen, wir machen wieder Schnick-Schnack-Schnuck. Wer anfangen darf? Ja. Okay. Schnick-Schnack-Schnuck. Starten wir mit Runde Nummer 1. Und die erste Aufgabe ist... Wer kann besser Baby One More Time mit Wasser im Mund gurgeln? Wuhu! So, Wasser habe ich hier. Fünf, zwei Hübschen. Und... Ähm... Ja. Also du fängst an, oder? Und dann machen wir das jetzt zusammen. Trinkst du jetzt, oder was? Mein Gott, ey. So kann ich nicht mit dir arbeiten. Mein Gott, ich hatte Durst irgendwie. Ich dachte, wie du es mir gerade was zu trinken hast. Soll ich nochmal das Spiel vorlesen? Ich habe gerade die 10. Geburtste, dann habe ich immer Durst. Haben wir das auch geklärt? Also Leute, wir haben jetzt gesagt, eine Minute ist die Zeitbegrenzung. Und da in dieser Minute darf Steffi fröhlich drauf losgurgeln. Bist du bereit? Ja. Okay, gut. Die Minute startet jetzt. Wuhu! 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 Was? Wicht dein Ernst? Ja gut, Leute, ich würde sagen... Wie lange habe ich es geschafft? 20 Sekunden? Ich war 20 Sekunden. Oh Mann, das ist aber eigentlich so leicht wie ich gedacht habe. aus mich so zusammenreißen nicht zu lachen und es geht voll schwer ich hab das niemals gedacht toll ich hab voll verkackt weil da hätte ich nicht gedacht das war nix ja gut das geschafft ist geworden ich war richtig drin ja ich hab das auch ausgehört hast du mir gerade das benutzte geschirrhandtuch ins gesicht gemacht das ist ganz genau dass ich eine handtuchphobie habe das ist das ekligste was man mir antun kann darin habe ich wirklich gedacht dass es so bitter für mich ist das finde ich echt ekelhaft naja also ich würde jetzt sagen der punkt geht an mich ja fairerweise würde ich auch sagen ja gut wie und abziehen shake it until you make it make it was ist denn los bei dir also leute die nächste aufgabe wer macht schneller eine flasche mit dem mund auf man darf die hände nicht benutzen darf man die arme benutzen also ich würde sagen schon dass man die arme benutzen ok dann müssen wir jetzt erstmal schön wir auch beide zu machen ich weiß auch ganz genau was du davor hast du willst uns schummeln den lässt du das denken warte mal hängt hier so eine komische mozartelocke im gesicht das ist aber auch immer so eine sache pff das wird nicht besser haben sie es? bist du bereit? ja ok gut dann beginnt diese challenge in 3 3 2 Leo jetzt mach 1 go bitte die arme dürfen nur als quasi hilfsmittel genommen werden aber man darf sie nicht bewegen auch oha du hast es ja dauert ne stopp 15 sekunden waren das tschüss läuft bei dir bist du bereit? nein ich muss mich erstmal wie kann ich dir denn festhalten? ok ich muss meine haare unter meine ohren machen ja 3 2 1 go oh ich glaube ich habe zu viel zuerst zugemacht scheiße das tut sich gar nicht was läuft bei dir? gib mir einen tipp gib mir einen tipp du musst die richtige Richtung drehen alter du ich dreh gar nichts du drehst aber die falsche Richtung glaube ich also was soll ich sagen du hast eh schon verloren scheiße Leute das tut sich genau gar nichts wo hältst du das mit welchem? ich dreh einfach hier du musst das kaum festhalten es geht einfach nur ok gut ja ich mach weiter ich glaube ich muss von oben haben jetzt Leute Manno es wird nichts aber ich will sie aufbekommen es gibt manche Sachen im Leben ist ja ok wenn es nicht funktionieren ja nach zwei Minuten sie ist geschafft hey I did it also wenn der Punkt nicht an mich geht meine lieben Freunde dann weiß ich auch nicht ich denke mal der Punkt ist votet für mich aus Mitleid was ist das Wunder ich weiß was ich heute Nachmittag machen werde den ganzen Nachmittag ich werde üben Flaschen mit dem Mund aufzumachen nice ok kommen wir zur dritten Runde da kannst du dein eigenes Stück wer kann 30 Sekunden mehr Zeit auf dem Kopf lesen dafür haben wir hier wie der Zufall es so will ein Buch liegen ein Märchenbuch wir haben gesagt Seite 56 und jetzt muss ich das abfotografieren damit ich ja auch kontrolliert kann ok Freunde Moment ich bin gleich so immer was mit diesen Smartphones mit diesen Touch und so da muss man auch ich weiß ja ich mach deine Fotos auf und sie erstmal so drei richtig widerliche Fotos von mir ja wenn du mir so viele widerliche Fotos schickst das war ein Zeichen meiner Liebe ich weiß noch sehr zu schätzen bist du bereit? nö Augen zu hier rechts ist die Seite nur damit du gleich nicht verwirrt bist also es geht los wir haben eine Minute Zeit in drei zwei eins go es war einmal ein fei fei was? bitte laut und deutlich ein fe rein ba ne oh mein Gott ich kann es gar nicht lesen na nicht den Kopf drehen fer feri 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 ich kann es nicht lesen es war einmal ein fer ferien ba ein ferienbauernhof oder? mhm oh wow dort jeder dort jeder ein Esel auf dem die Kinder nein das war nicht korrekt da steht doch ein Punkt und dann ist doch dort dort jeder je stop oh mein Gott ich bin ja so schlecht da sagst du ja gewesen es war einmal ein Ferienbauernhof dort lebte dort lebte ein Esel auf dem Jot ey aber das ist so wenn es über Kopf ist aus dem Jot kommst du auf jeden Fall weiter kannst du es besser ok warum zu? welche Seite rechts oder links? rechts ok und los an einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am ähm Fenster war guter Dinge und nähte aus Leibeskräften da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief guten was? guten muß nein was sagt die? guten muszen muszu was ist das denn für ein Wort? ver kn kn knaufen verkaufen 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 ja noch mal bitte gutes muß zu verkaufen ja gutes muß zu verkaufen stopp 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 die Zeit ist um wuhu ich glaub ich hab gewonnen ja sicherlich Punkt für mich aber es ist echt gar nicht so einfach Leute also wenn ihr euer Gehirn mal ein bisschen trainieren wollt dann kann ich euch das empfehlen kommen wir zu der letzten runde ok die letzte Aufgabe Leute lautet zeichne mit dem Mund ein Auto wir haben jeder einen ding 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 eine Minute drei Sekunden sind eingestellt wir malen gleichzeitig und dann wäre dann irgendwie einfach besser das so ich hab irgendwie das Gefühl da verkacke ich jetzt richtig ich hab jetzt so viel Druck jetzt ganz gerade bin ich wirklich aufgeregt ich mach jetzt drei huuuu entschuldigung Zwei, eins, go. Der Hund kann ja gar nicht. Ekel. Was ist denn das, Alter? Hey, der riecht gut. Alter, das ist ja richtig gut geworden. Ich hab gesappert, Alter. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Minion-Mobil. Stimmt, ja. Also Leute, wir zeigen euch jetzt einmal unsere Zeichnung. Das ist Steffis. Oh, das ist aber ein dicker Schlitten. Das ist meins. Hä, das ist auch sehr hübsch. Ich glaub, hier ist hinten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Schau mal, wie viel steht es überhaupt schon wieder? Also jetzt steht es 3-1 eigentlich. Hä? Was? Also über den letzten Punkt ist auf jeden Fall ihr entscheidend, ob es unentschieden ist oder... Das wäre so geil, wenn das jetzt andersrum wäre, dann würdest du jetzt auf jeden Fall sagen, dass es gewonnen hätte. Nöööööö. Ja, dann geht der Punkt Erik jetzt an Leonie. Bin ja jetzt nicht unfair oder so. Aber, ihr könnt auch entscheiden. Ja. Wir können sowas natürlich auch mit viel bewegungsaktiveren Aufgaben machen, aber wie gesagt, ich bin heute, ich bin verletzt. Sonst könnten wir natürlich auch andere Sachen machen, so wie Handstaben, Kürbungsbäume, ja, aber vielleicht habe ich ein Gefühl für diese Aufgaben bekommen und deswegen könnt ihr jetzt ganz viele coole Vorschläge unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch dieses Format gefällt, dann gebt dem gerne einen Daumen hoch, weil wir wollen das noch ein bisschen größer aufziehen mit euch. Ganz viele Spiele spielen! Und jetzt ist es wieder Zeit für die Kontraktaufnahme. Und als erstes gehen die Grüße an Unicorn Glitter raus. Ganz liebe Grüße an dich. Und dann grüßen wir noch die Stella Meier auch an euch. Ganz liebe Grüße! Und wenn ihr im nächsten Video mit uns Kontakte aufnehmen wollt, dann kommentiert unter diesem Video mit dem Hashtag TeamLeo und Steph. Alles zusammen, alles klein, alles in einem Wort. Und dann werde ich dir vielleicht ausgelost und wenn ich sage, bitte nicht traufe ich nicht. Und wenn ihr noch mehr von uns zwei sehen wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram abonnieren. Und hier. Und bei TikTok. Hier und bei TikTok. Genau. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Bitte! Ich wünsche mir das zu Weihnachten von euch! Oh, okay. Ich auch. Okay. Also, bis dann. Macht's gut. Bleibt frisch. Also, bis dann. Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi. Ciao, Tarek! Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020